Herzlich Willkommen zu der Let's Play Landwirtschaftssimulator, weiterhin mit meiner Wenigkeit Labor. So, erstmal hier langsam und vernünftig runter. So, hier ist nichts gewachsen. Dann gucken wir jetzt auf den hinteren Feldern. Wenn da auch nichts ist, dann repariere ich auf jeden Fall schon mal das Gerät. Aber ich denke, da wird nichts sein. Da ist kein großer Unterschied zwischen den beiden Feldern von der Zeit. Da ist noch gar nichts. Dann sage ich das ja. Erstmal gerade hier den Herbett hier reinstellen. Das sollte eigentlich reichen. So, und jetzt noch den Düngerstreuer. Warte von oben gucken. So, sollte der Trecker draußen sein. Jo. Zack. Hier haben wir die beiden Sachen gerade noch sauber machen. Blub. Ich wollte gerade mit Lenkrad meine Typen bedienen. So. So. Gefällt mir das doch. Perfekt. So. Was ich eigentlich so als Problem habe, man fährt ja rückwärts auf der Bremse in dem Spiel, dass man da so wenig Gefühl in der Bremse hat. Also um rückwärts zu fahren. So. Blub. 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 Hat schon wieder nicht funktioniert. Das ist so ein richtiges Problem hier auf der Map. Ich habe wieder Internet-Lags. War das ganz schön diesmal wieder. Äh, ich bremse doch schon. Nur einmal wieder die richtige Position suchen, wo wir reinkippen können. Das ist nämlich immer so dieses Hauptproblem bei der Map. Ja, nein. Hat nicht funktioniert. Es ist, ah, keine Ahnung, Leute. Wirklich. Weiß es nicht, wo ich es hinkippen muss. Wirklich nicht. Hier? Nein. Nein. Oder ist die Lage komplett voll bei den Kühen? Das wäre natürlich nicht dumm. Äh. Nein, ist es nicht. Man kann das irgendwie sehen, aber Ja, hier geht's. Alles klar. So. Haben wir. Also da, wo der Dreck in dem Sinne auch ist, da muss ich das noch nicht. Danke. Wir fahren jetzt mit dem hier die ganze Zeit mit dem großen, nur für so einen kleinen Hänger ziehen, das ist Schwachsinn. Müssen wir jetzt mal gleich gucken, wo wir abmähen. Blub. Ausmachen. Und Aufträge gucken. So werden Ernte Feld 3 und Feld 2. 2, 3 und 1. Ja. 2, 3 und 1. Mit dem Mähdrescher. Das rentiert sich nicht. Hm. Weißt du was? Wir leihen uns den. Ja. Äh. Da mache ich auch kein Geld. Das können wir komplett in die Tonne treten. Jetzt ohne Scheiß. Weil da oben 2, 3 und 1. mit dem Brucherstunden. Was machen wir jetzt? Und die Felder sind nicht gedüngt. Die sind gar nichts. Da ist einfach nur eine Bohnenbeschaffung drauf und das war's. kommt kein Geld bei rum. Deswegen machen wir 3,26 Hektar 2,41 Hektar ist so was. Wir fahren zu Feld 2. Wir machen das jetzt einfach ähm ein gutes. Ja. Ich fahre zu Feld 2. Ja. 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 Wir müssen eh über die Feldwege knallen. Ähm. Weil wir sonst mit dem Wagen fahren müssen. Ich muss ja eh arbeiten weiter. Also ich das jetzt nicht mache spielt eh keine Rolle. Hier kommen keine Fahrzeuge. Geh. Pst. Ach so. Sorry. Und Tschüssikowski. So. Ja. Keine Spur legen. Auf gar keinen Fall. benötigen wir hier nicht. Weil wir dürfen es ja eh nicht drunter holen. Das wäre jetzt schon cool. Mit dem Glas hier richtig rüberreißen. Oh. Hä? Was soll das denn jetzt? Hä? Mach's dann nicht. Mach's dann nicht. Es ist nicht Leggy. Was ist das? Feld 2. das Gebiss ist unten. Hä? 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 Jetzt funktioniert es wieder. Okay, was das war, keine Ahnung. Nein, er nimmt manche Sachen nicht. Die Animation ist zwar da, aber ich verstehe es nicht. Ich fahre jetzt einfach mal durch, Leute. Wir beobachten das jetzt mal gerade. Er fängt immer kurz an. Das ist kein Raps, was da drauf ist. Das ist mein Problem. Er ist mit Raps angefangen, aber es ist gar kein Raps, was da drauf ist. Wartet mal. Wartet mal. Das ist kein Raps, was da drin ist, richtig? Ja, ich habe keinen Zugang zu diesem Land, okay. Ich fahre da mal gerade hin. Ich glaube, das ist nämlich... Das ist kein Raps, weil Raps ist dunkel. Da war noch was drinne in dem Mähdre... Aber dann wäre der Deckel ja nicht zu. Hä? Ich warte noch mal... Ja, davor ist was anderes, seht ihr? Da ist was anderes. Das ist das Problem. Ja, ich hole mal gerade den Mähdrescher hierher. Warte mal ganz kurz, ich habe mal gerade eine Idee, weil da vorne ist ja diese Kante richtig. Ah, besser. Nimmt er die jetzt weg? Ne, die nimmt er auch nicht weg, diese Kante. Also an dieser dämmlichen Kante liegt es auch nicht. Ja. Dann weiß ich es nicht. Das komische ist, dass er halt bis dahin gemäht hat. Ich mache den jetzt mal leer und dann gucke ich. Ich denke ja, dass da irgendwo ein Fehler ist. Na, wieder Raps. Das ist Raps. Aber weil da vorne so ein Scheiß mit dran ist, ich lasse diesen Rest da mal dran stehen. Wenn er da bei 5% aufgehört, fängt er jetzt wieder an? Ja. Hä? Also ich sage erst mal vielen, vielen Dank für's Einschalten. Ich weiß auch gerade hier nicht, was hier für eine Feldtruppe. Was ist hier drauf? Ernte Raps ab. Ja, Raps. Okay. Also da steht Raps. Was ist hier drauf? Raps. Es ist Raps drauf, aber warum hält er bei 5% auf? Also irgendwas ist ja hier gerade buggy. Äh. Wusste noch nie, dass so Raps aussieht. Aber hier steht Raps. Ante Reif. Das ist ja immer alles Raps. Ich sage erst mal vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Ich starte mal den Server neu und gucke mal, was dann passiert. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.